Jö... dann gucken wir uns mal das blaue Zeug an .... Reihenfolge... ...Zuerst obwohl blaue Boiler brauchten zeug das wir nicht haben wo sind die Boiler understand boiler doch können wir bauen wir haben ja rote chips.. sehr gut dann ja das sind die nicht effektiven das ist quasi nur der backup die untere reihe hier ist nur notfall falls oben dass man nicht funktioniert also du hast 100 temperatur ok dann nehmen wir jetzt ein 455 dafür fehlt stahl ok stahl holen gibt mich stahl warum darf man ganz viele ein erst mal davon damit vergleichen können und sicherheitshalber nämlich noch mehr stahl mit grünen chips nehmen die tickern durch dann haben wir gleich den einen dann gucken wir wie viel der verbraucht im vergleich zu dem oder ob die temperatur hinten abnimmt weil der hier hinten bekommt immer noch 100 grad heißes wasser zwar nicht mehr volle 10 sondern noch 9,7 was die übrigens aber alle nur bekommen was komisch aber es könnte daran liegen dass hier keine pumpe zwischen ist also eventuell sollten wir hier noch eine pumpe rein machen und da dann erst das ding hoch damit das wasser richtig raus gesaugt wird aus den boilern allgemein sollten wir auch mehr mit den pumpen oben arbeiten aber die pumpen brauchen halt diese roten doofen electric engines also später erst so das ding ist fertig setzen wir mal einfach ich kann es nicht drüber setzen das ist schon mal ehrlich so ist passt viel mehr wasser rein ich sehe da 20 wasser haben wir denn hier hinten problem 97 96 97 und es ist immer noch 100 grad ist immer noch alles muss sie doch fast ich habe irgendwie erwartet dass das ganze ding auch optisch blau ist aber ist es nicht sieht ganz normal aus wie alle dinge auch wollte im inventar sehen die anders aus ja okay dann bauen wir davon jetzt bitte noch mal drei stück du weg du hin du weg du hin warum habe ich hier hinten noch eine angesetzt die beiden gehören eigentlich nicht mehr hierhin genau sehr komisch was mache ich mit dem wasser hä bin verwirrt was habe ich hier mit dem wasser vorgehabt dreckiges wasser egal dass ähm wir haben gerade eine auslastung von 30 prozent und überall sind annähernd 20 liter drin überall ist 100 grad also wir brauchen keine tech 2 boiler was verwundert mich jetzt echt ja sind wir eben zweieinhalb mal so gut wie die vorgänger haben größeres volumen alle super ok gummibäume wachsen die schnell genug kann ich da schon wieder was machen bin dann vorbeigelaufen ja da young rubber tree ne brauchen ein bisschen länger oh ne plop 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 sehr gut die ganze kohle wollte ich noch abladen ok bevor ich jetzt nach oben gehe um dann später wieder nach unten zu laufen weil ich nicht genug ressourcen habe was brauchen wir oben äh vermutlich fließbänder wenn ich wieder irgendwas irgendwo hin transportieren will wir sollten steam engines äh also sollten eigentlich engines produzieren unter was fallen die jetzt die waren irgendwo hier oder kann ich die überhaupt schon oh das kann gut sein sie noch gar nicht erforschen kann oh und ah genau das habe ich fast vergessen rote chips blaue tränke sehr wichtig sehr wichtig ja eigentlich müssten wir jetzt noch weiter nach unten Richtung Gegner und den ich hier unten irgendwo blaue tränke produzieren blaue tränke brauchten rote chips stahl und batterien rote chips hier stahl hier batterien hier also es ist ein super platz für die blauen tränke ich brauche also noch eine fabrik hör mal auf mit den tränken noch eine fabrik und noch mehr strom mehr davon ganz viel und ich brauche bald den tool belt slot hier unten also die ganze reihe noch extra ist doch recht lästig mit so begrenzten inventar rumzulaufen fabrik kommt hin ein bisschen abstand zu rot also würde ich sagen hier du brauchst ein ärmchen da das rote chips nimmt brauchst ein ärmchen da das stahlträger nimmt und du brauchst batterien von hier oben dafür brauchen wir einen roten arm einen roten arm bitte runter 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 rotes her��겠습니다 hält damit so du stell's bitte her keine stopp stopp ist doch falsch blaue tränke brauchst ja noch smart inserter okay das wiederum ist problematisch wo kommen inserter lang inserter kommen hier theoretisch manchmal an praktisch nicht wirklich das heißt wir setzen das mal weiter runter damit später von hier ärmchen genommen werden können hier irgendwie lang gebracht und dann dahin zugefügt ärmchen produktion wir brauchen mehr ärmchen produktion wo sind ärmchen dahinten ja das ist unpraktisch könnten wir ärmchen irgendwie anders herstellen hier ist genau richtig die dinger sollten eigentlich weg aber wenn ich das jetzt abbaue dann bin ich tot gib mir bitte das da stahlkiste ich setze mal glaube ich hier drunter die stahlkiste für kupferdraht nehme ich hier alles raus tue hier alles ein setzt das dann da drauf das ist echt viel kupferdraht so und das kommt bitte das bleibt genau da wo es ist das nutzen wir erst wenn wir eng pass haben noch haben wir keine engpässe du kannst also weg zahnräder aber nicht ganz so viel du kannst auch weg okay das heißt wir hätten jetzt hier platz für noch mehr davon wir müssten aber wenn wir jetzt die ärmchen herstellen die ärmchen irgendwie dahin bekommen das ist echt bescheiden okay ich glaube ich mache einen grundlegenden fehler und zwar dass ich davon ausgehe dass wir hier mit dieser linie hier klar kommen ich denke ich sollte das anders strukturieren und zwar habe ich unten ein endprodukt sagen wir mal die hellblauen tränke und ich tue oben drüber nach und nach alle sachen die wir brauchen die hellblauen tränke herzustellen das sind aber sehr viele ressourcen machen maus das wären in dem fall hier wir brauchen für einen blauen trank also ganz viele fabriken die zwischenprodukte herstellen und an ressourcen brauchen wir eisen kupfer stahl plastik batterie das könnten wir schon mal nicht auf zwei fließbändern transportieren was unpraktisch ist mit den robotern war das alles viel einfacher in meinem schönen system wo ich diese kleinen komplexe hatte und immer hin und her gelaufen bin aber ich wollte diesmal anders machen man muss sich selber herausfordern herausfordern na gut dann wusel ich halt einfach also ich wusel jetzt wenn man die eisenplatten da weg da kann das auch schon weg du kannst da auch weg du nimmst jetzt eisenplatten von da oben dann gehen die eisenplatten hier runter wo ist ein runter ding der ab auch für ein stück davon da du gehst da runter und kommst hier unten irgendwo erst wieder hoch und gehst dann weiter damit ich schön staust da genau so was heißt wir haben jetzt hier einen zugang um weitere ärmchen anzuliefern okay ich brauche zwei fabriken erst mal eine du stellst bitte her normale ärmchen brauchst chips eisenplatten das eisenplatten bekommst du von hier das bekommst du von hier chips bekommst du von hinten dafür brauchst wieder ein rotes ärmchen rotes ärmchen so wir haben jetzt schon eng pass an der chip produktion das war abzusehen chips müssen allerdings auf derselben achse sein wie die ärmchen weil die ressourcen halt so verteilt sind außer wir setzen die ressourcen noch mal irgendwo anders auf weil das ein bisschen unpraktisch wäre die stahl produktion woanders hin wir könnten stahl zum beispiel wird irgendwo und stahl benutzt das heißt hier wird kein stahl benötigt auf diesem fließband wo wird in stahl benötigt bei strommästen das haben wir nicht automatisiert bisher bei öl tangs bei fässern bei muni ammo piercing rounds wobei wir jetzt ja schon langsam bei lasertürmen sind hierbei aber die werde ich auch nicht automatisieren bei den engines werden die gebraucht okay ist ein anfang kann ich irgendwo sehen was engines brauchen ich glaube die noch gar nicht angefangen zu forschen für autos brauche ich engine engine ist ein eigenes symbol da ein engine brauch stahl pipes pibes waren glaube ich auch aus stahl also stahl und stahl und eisen wenn wir die stahl produktion nicht hier hinsetzen zwei stück hätten wir eisen in nähe wir könnten stahl hier sind schon die ärmchen es geht einfach nicht wir brauchen noch einen zweiten arm mindestens mit eisen irgendwo anders nächstes problem selbst wenn wir die engines herstellen die engines müssen dann wieder ganz nach oben zu dem öl damit daraus rote engines werden aber das wahrscheinlich wieder ein roboter job für später und kohle ist alle weil du hier alle bist das heißt du wirst umgedreht du bekommst da verstärkungen ihr gebt mir alle eure bohle und du bekommst einen zurück das ist doch fair also ja da habe ich noch keinen wirklichen plan wie rum ich das mache wichtig ist mir ist erstmal dass während ich jetzt hier rum dümpeln bin rumlaufen bin wir schon mal die neue stromversorgung haben mit diesen blauen engine und guckt euch mal wenn es sich stapelt das plastik sehr gut also dass das sich sammelt und das rote chips durchgehend produziert werden das ist sehr gut so ich hätte gerne meine kohle abgeladen da kohle so wir dürfen noch kohle haben wir dürfen noch plastik haben das ist schön wir haben keine schwefelsäure weil durchgehend durch die batterien hergestellt werden die nicht mehr gestellt werden weil keine schwefelsäure da ist warum nicht schwefel wartet darauf hierhin gebracht zu werden es fehlen eisenplatten 26 stück das ist nicht gerade viel warum braucht schwefelsäure eigentlich verbraucht ist eigentlich eisenplatten h2 so 4 hat kein eisen drin also bei der herstellung das müsste man theoretisch aber wieder gewinnen können das eisen egal das wird im spiel verbraucht ist okay da haben wir hier eisenplatten übernö